Ich bin Anna Maria Niemetz. Ich bin 22 Jahre alt. Wir sitzen hier gerade in einem traumhaften Auto. Es ist unfassbar kalt draußen. Ich glaube, wir haben so minus 10 Grad. Es hat bereits geschneit. Ich sitze hier trotzdem an einem Cabriolet. Und es fühlt sich auch sehr leicht an, hier so durch die Berliner Straßen zu fahren. Seit knapp dreieinhalb Jahren befinde ich mich in der Fashion-Branche als Model. Momentan bin ich in Berlin bei Mercedes-Benz Party Week. Ich habe heute mal gezählt und bisher wurden mir sieben Shows bestätigt. Nebenher passiert natürlich auch wahnsinnig viel. Also ich bin nicht nur wegen der Shows hier. Ich bin natürlich auch wegen gewissen Partys hier. Und weil meine Band Boxer und ich hier gespielt haben. Anna Maria ist großartig, weil wir den ersten Tag hier kamen. Und da waren viele Models, wie 300 Models. Und wir brauchen nur 10 Models. So kann man sich vorstellen, wie special ist sie. Weil sie kamen in die Runde und ich sah sie. Her Augen, die Beersing und wie sie bewegt. Ich bin in Liebe mit ihr. Und ich bin für die Show. Es ist eine sehr spezielle Frau. Ich bin für die Show. Vielen Dank.